Hallo meine Lieben! Dies wird wieder ein Follow-Me-Around und zwar wird es diesmal ein Follow-My-Weekend. Ich fahre morgen zu meinem Daddy nach Düsseldorf und ja, ich bleib da bis Sonntag und ja, eigentlich wollte ich morgen mit der Arbeit auf die FIBO fahren nach Köln, was jetzt leider ins Wasser gefallen ist und ja, ich hatte ja aber mein Zugticket zurück schon gebucht und ja, hab dann spontan noch ein zweites Ticket gekauft für den Bus und ja. Mein Bus fährt morgen früh um 7.35 Uhr, das heißt ich muss früh aufstehen. Ich hab meine Tasche eigentlich schon so gut wie fertig gepackt. Die sieht so aus, die reicht mir für 3-4 Tage vollkommen aus und ja, ich mag es eigentlich auch immer nicht so, wenn man dann so riesig viel, so eine riesen Tasche hat, weil dann packt man immer so mega viel ein und dann braucht es eigentlich alles gar nicht. Ich schminke mich jetzt ab und dann schaue ich noch ein bisschen Köln an. Ich werde mich dann morgen wieder bei euch melden und wünsche euch eine wundervolle Nacht und ja, dann bis morgen. Guten Morgen um kurz nach 6. Ich mache mich jetzt gerade fertig und um 7 gehen wir los. Tschüss. 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 We'll go, through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays, and on and on We'll go, through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, through the wastelands, through the wastelands, through the wastelands We'll go, through the wastelands, through the wastelands We'll go, through the wastelands And on and on we'll go Oh, 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 oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Ja, ich bin jetzt gerade bei meinem Daddy angekommen und der ist noch bei der Arbeit. Das heißt, mein Bruder und ich warten gerade noch auf ihn. Ja, was gibt es zu erzählen? Mein Bruder und ich müssen nachher noch mal kurz in die Innenstadt und er muss da was erledigen. Wohin soll ich euch nicht sagen? Und ja, wir sehen uns dann später. Sorry, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe. Wir haben gestern nichts Spannendes mehr gemacht. Ich bin auch mit meinem Bruder nicht mehr in die Stadt rein. Er musste dann doch nicht dahin, wo er hin wollte. Und ja, wir haben gestern noch so ein bisschen Film angeguckt und haben halt ein bisschen geredet. Ich sehe ja meinen Papa auch nicht so oft. Dann bin ich irgendwann schlafen gegangen und jetzt heute ist Freitag, der 8. April. Wir haben es jetzt kurz vor 1. Und ja, wir holen jetzt meinen Bruder ab von der Schule und dann fahren wir nach Köln. Und in Köln wollen wir so ein bisschen mal rumschauen, wo die verschiedenen Plätze sind von Köln. Ich bin 50667, ich habe meinen Papa gefragt. Wir waren vor zwei oder drei Jahren schon mal an verschiedenen Triochen. Bis zum nächsten Mal. Und wir können처럼 leven und die Infos programs, beim Nachrichten schon mal an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.